Hallöchen Leute und willkommen zu einem etwas anderen, denke ich mal, Let's Battle. Zu einem siebten insgesamt, siebten? Siebten? Das ist das achte. Ja, das achte Flash Game heißt Click Play. Ist von Ninadoodle.com, das sehen wir eh im Hintergrund alles. Ja, es ist ein etwas anderes Spiel, als die wir es mal bis jetzt gemacht haben, denn man muss kleine Minispiele, hier schätze ich, kleine Minispiele-Aufgaben lösen, um den Play-Button zu finden und zum nächsten Level zu gelangen. Also ist überall ein Play-Button versteckt in jedem Level und den müssen wir finden durch klicken, ausprobieren und so weiter. Und wir werden dieses Spiel spielen und wer das Spiel durchspielt mit den wenigsten Klicks, die werden hier oben gezählt, der gewinnt dieses Let's Battle. Ich bin sehr gespannt, wie das so laufen wird. Ja, hoffen wir, weil das alles klappt und wir sind auf jeden Fall beide gespannt, wie das sein wird. Und hier nach einer Minute, wow, das habe ich sehr wenig geredet im Gegensatz zu immer. Wir können uns ja den ersten Level einmal anschauen, damit wir so einen Blick bekommen. Die Musik ist auf jeden Fall sehr genial, also im ersten Level jedenfalls. Ja, hier sehen wir schon, die Klicks werden hier gezählt. Hier sehen wir auch schon ganz offensichtlich den Play-Button. Den müssen wir in jedem Level finden, das ist Level 1, steht leider auch nirgends. Und wenn wir den anklicken, haben wir den Level geschafft und einen Klick insgesamt. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist, auf was man klicken kann, kommt nämlich da so eine Hand, damit man die anklicken kann. Hier ist ein Fragezeichen, ich klicke einfach mal auf einen Stein und schaue, was passiert. Gar nichts, gut, das hat sich abzulid nichts gebracht, ich klicke mal als Auto. Das hat sich auch nichts gebracht, vielleicht die richtige Reihenfolge. Mist, Mist. Aha, aha, aha. Oh, Obstacle-Course, da steht ja dahinten. Ah. Wow, okay. Und das ist, ja, okay, so funktioniert dieses Spiel. Und noch einmal klicken. Elf Klicks haben wir jetzt schon gebraucht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist wirklich meine erste Aufnahme. Wir schummeln nicht, wir nehmen die erste Aufnahme, die wir machen, aber natürlich. Sonst wäre es ja ein bisschen unfair. Sonst wären wir Ketten, wenn wir da anziehen. Ah. Na toll. So, in die falsche Richtung. Okay. Das heißt, es könnte hier wirklich was sein. Na gut, ich schaue erstmal hier. Nein, oder? Hier ist er nicht. Mist. Wirklich nicht? Okay. Dann wäre er vielleicht doch da gewesen. Mist. Okay, wir müssen die Kette einfach raufziehen. Bevor sie wieder runter geht, müssen wir nochmal klicken. Mist. Dürfen wir halt nicht zweimal daneben klicken. Okay, hier ist er auch nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist ein Wahnsinn. Okay, hier ist er. 26 Klicks. Schon, oh, Mann. Rain Dance. Regentanz. Okay, wir müssen die Blume anscheinend zum Blühen bringen. Und hier wird jetzt sicher versteckt sein, der Play Button. Okay, wir können den Vogel anklicken. Eine Feder. Und der Feder, die stecken wir jetzt. Die stecken wir jetzt. Die kitzeln wir. Ha, 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 kitzeln. Mist, das bringt sich nichts. Äh, die Blume kitzeln. Und Stromausfall auslösen. Mist, jetzt müssen wir wieder Fehler machen. Äh, ich stecke sie immer ins Gesicht. Ah, auf den Kopf. Äh, Tanz. Tanz, junge Dame. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Wir müssen schnell wie möglich draufklicken. Achso, wir müssen das an die Stelle und dann auf die Walket draufklicken. Ah, okay. Jetzt haben wir zwar zweimal. Aber egal, 45 Klicks. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie viele Klicks man hier... Egal. Anybody home. Ist jemand zu Hause? Müssen wir fragen. Dann klicken wir einfach mal. Wir leuten einfach mal an. Nein, oder? Boah. Okay, das war schon mal etwas hart. Not too many ghosties. Zu viele Gäste, aber... Ja, der hat geblinzelt. Aha. Aha, du hast geblinzelt. Na toll. Okay, okay, okay. Ah, das war einfach. Okay, jetzt ist es halbwegs einfach gewesen die letzten Levels. So, hier können wir auf irgendwas haben wir hier klicken können, glaube ich. Oder auch nicht. Äh, okay, hier haben wir keinen Hinweis, wo wir klicken müssen. Klicken wir mal auf den Zug. Na ja. Äh, er fährt schneller, glaube ich. Achso, wir müssen hier drauf zeigen, okay. Mist. Ich dachte, es... Gut, dann müssen wir das nochmal machen. Klicken und rüberziehen. Also, ich sehe... Oh, okay. Im Camtasia Studio kann man eigentlich einstellen, dass man sieht, wann man geklickt. Genau, das geht ja. Okay, das werde ich, glaube ich, eh machen. Was, nein, oder? Äh, zählt das aus Klicks? Nein, okay. Also, können wir das sowieso anschauen. Äh, okay. Wir müssen dann Autos vorbeifahren anscheinend. Das wird immer wieder auf 10 zurückgesetzt. Wo müssen wir denn hinklicken aufs Auto? Wir müssen aufs Auto klicken, damit dieses wechselt. Und zwar... Auf und dann wieder runter. Wow, okay. Zum Glück haben wir das jetzt so schnell geschafft. Natürlich weiß ich nicht, wie schnell Hitsch draufkommt, auf die ganzen Rätsel, was man machen muss. Ich glaube, ich drücke hier mal drauf. Mist. Oh. Ah, okay. Ich verstehe es auch schon. Wir müssen einfach hier langfahren. Die Musik ist aber schon cool, oder? Äh, Lonely Lift, okay. Also, den Namen... Falls ihr den Namen nicht vorlesen, oben seht ihr es leicht. Okay. Okay, ganz cool. Äh, wir müssen noch die Bomben draufdrücken. Auf die Zahlen, glaube ich. Nummer 1. Äh, das ist ganz schön verwirrend, Leute. Auch für mich. Äh, Nummer 3 ist hier. Okay. Nummer 4. Servus. Wie schaffe ich denn das bis jetzt? Ach, Mist. Daneben geklickt. Aber man darf halt nicht so oft daneben klicken jetzt. Okay, hier ist, äh, der Zeiger versteckt. Happy Birthday. Ich weiß die Noten für Happy Birthday leider nicht. Oder das... Oh Gott. Was muss ich denn hier machen? Oh. Äh. Mist. Wer ist denn D hier? Wer von euch ist D? Du? Du bist D? Du bist F? Du bist E? Und wir bekommen... Okay, wir bekommen schon. Äh, Letter Tiles. Okay, Buchstaben... Äh, Plättchen. Plättchen, ja. Äh, was müssen wir hier schreiben? Lal. Lab. Lapy. Lapy. Okay, Lapy. Können wir schreiben. Lapy. Äh. Vielleicht kann das ja gut Englisch, damit er das weiß, was daraus kommt. Weil ich weiß nämlich gerade nicht. Ah, Play. Ah. Plättchen, verbrauchen wir jetzt nicht zu viele Buchstaben. Okay. Play. Äh. Das war's schon. Aha. Warum sind wir jetzt in den nächsten Level gekommen? Wir haben die Play-Button noch gar nicht gefunden. Egal. Thymian. Rosmarin. Äh. Weiß ich nicht. Scarborough Fair. Okay, weiß ich gerade auch nicht genau, was das heißt. Rosmarin vielleicht. Och ne. Was müssen wir denn jetzt machen? Okay, okay. Verstehe. Nicht. Oh. Jetzt sollten wir vielleicht Englisch können. Ich habe noch keine Ahnung, was das bedeutet. Was wir machen müssen. Mist. Wieder Play schreiben? Nee. Oh man. Gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was man machen muss. Toll. Hier sammeln wir beide dann schon sehr viele Klicks. Ähm. Sage. Ähm. Okay, das ist eigentlich... Das ist einfach nur Englisch. Spiegel ist jetzt Englisch, also müssen wir auch... Mist. Gut. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was zu tun ist. Ich habe das Fenster gerufen lassen, vielleicht gerade. Okay, aber wartet kurz. Ich habe das drauf. Tüme. P. L. Jetzt hast du auch für Play wieder Play schreiben müssen? Ich glaube nicht. Ähm. Oh man. Das hatte ich nicht bedacht, dass wir hier vielleicht Englisch können müssen, damit wir das schaffen. Oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man. Gut, hier sammle ich auf jeden Fall sehr viele Klicks. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist. Ja. Mist. Mist, Mist, Mist. Das ärgert mich jetzt auf jeden Fall. Play, aber dass alle Buchstaben einfach drinnen sein müssen, dass wir alles zu Parsley ändern müssen. Ne, leider weiß ich auch nicht, was das heißt. Mist. Ich sage nur Parsley, weil das Wort Play drinnen steckt. Ähm. Ist das vielleicht ein Satz, wenn man das richtig antworten hat? Parsley. Sammelt. Rosmarin. Thymian. Parsley. Ist das vielleicht irgendwie so ein Name? Sage. Das heißt doch auch irgendwas, glaube ich. Rosemary. Thyme. Ich weiß nicht, warum das jetzt geklappt hat, aber ich hoffe, dass Sage jetzt nichts hier auch zufällig Klicks sammeln und ich deshalb gewinne, aber ich verliere sowieso sicher wieder. Fünf Mal. Hallo, Aliens. Was geht? Aha, schönes Besteck. Ja. Almost Twins. Ah, wir müssen Unterschiede finden. Unterschiede finden. Ist der Spiegelverkehr? Das ist absichtlich so? Ne. Das Auge. Ja. Ah, Unterschiede finden. Almost Twins. Okay, dann muss man den Titel wirklich ein bisschen lesen. So. Vielleicht war auch im vorigen Titel irgendwas versteckt, was wir... So, die Tatzen hier sind ein bisschen heller. Ah, das Messer ist komplett gleich. Äh, die Zähne vielleicht? Irgendwas mit den Zähnen? Ne. Ne, 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 ne. Was könnte noch anders sein? Aber wir verbrauchen wenigstens keine Klicks. Vielleicht im Schatten? Zum Schatten irgendwas anderes ist? Ja, hier. Oder ist das nur weil, das... Ja, da gibt's kein Fehler mehr. Ja, mir fällt leider nichts mehr auf. Das Messer ist wirklich anders. Vielleicht eine andere Tatze. Das sei und was es ist. Nee, doch im Schatten. Nee, im Schatten ist nix. Das Messer ist auch nicht anders. Die Gabel schon gar nicht. Naja. Das ist ja ziemlich ne Gabel. Ah, der Strich ist hier dicker. Na, sehr was. Gut, dann wird der letzte Unterschied auch nicht so leicht zu erkennen sein, glaube ich mal. Irgendwas beim Zahn. Ganz sicher. Irgendwas beim Zahn. Ne, doch nicht. Der Zahn ist ganz okay. Vielleicht auf der anderen Seite in den Strich. Ja, aber dann glaube ich nicht, dass... Das letzte dann so einfach ist und einfach nur hier... Okay. Nee, da ist nix falsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Doch im Schatten. Nee, der Schatten zählt nicht. Einen brauchen wir noch. Einen Fehler. Müssen wir noch finden. Und zwar ist der... Ganz bestimmt... Irgendwo auf dem Bild zu sehen. Mist, wo ist denn der letzte Fehler? Na gut, wir dürfen so lange brauchen, wie wir wollen übrigens. Also egal, wie lange wir brauchen. Es zählt einfach nur, wie viele Klicks wir haben. Und ich habe schon fast 150, das ist ja was. Na gut, Hauptsache, wir brauchen hier jetzt nicht zu viele. Aber wo ist denn hier der letzte Fehler? Hier wimpern sie vielleicht doch eine Bedingung. Nee, die Wimpern, da passt alles. Ups. Na, da sind die Designs, die es schon haben. Glückwunsch. Da ist irgendwas. Oder? Der Schatten zählt, glaube ich, nicht. Ist er irgendwas dünkeler oder heller oder irgendwas? Oh Mann. Ganz schön peinlich. Ich glaube, der Zahn ist einfach dünkeler. Das habe ich eh schon vorher gemerkt. Aber nein, ich... Nein, da ist der Bläber. 151. Okay, wir können nicht auf jede dieser Öffnungen hier klicken. Mir ist aber noch rätselhaft auf welche. Also, klicke ich mal auf die. Wir müssen alle öffnen. Okay, wir müssen alle öffnen. Okay, okay, okay. Ah, da haben wir sie schon. Up and down, da steht sie. Wir müssen den Titel lesen. Wir müssen den Titel lesen. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken hier, falls es noch ein paar Levels gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das gemacht habe. Ich wollte noch überlegen, aber jetzt hat es sonst sowieso schon geklappt. Wir müssen hier alle Gläser ab. Ups. Ja, sieht gut aus. Können wir einfach... Ne, können wir nicht. Wir sind wirklich wert von Ups. So, und da einmal noch. Ah, und da ist er. In der letzten Flasche. Das habe ich schon wieder nicht geschaut. Egal. Mega Squeal, okay. Einfach alle schnell hintereinander drücken. Das dachte ich mir schon, weil man einfach ein lautes Quicken machen muss. Aerocopter. Ich nehme das einfach. Was machst du da? Ah, wir müssen... Ah, okay. Der Play-Pfeil zeigt immer dahin, wo das Ding ist. Oder auch nicht. Mist. Hä? Ah, jetzt. Okay, warum haben wir das jetzt geschafft? Okay, manche Rätsel sind einfach ein bisschen zu kompliziert. Die schaffen wir einfach nur als Zufall, aber die meisten weiß ich natürlich. Starshine. Okay, wir müssen alle zum Leuchten bringen. Einfach nur so. Anscheinend schon. Anscheinend müssen wir einfach alle Sterne zum Leuchten bringen. Das kann ja was werden. Mist. Was hab ich mir aber irgendwie schon gedacht, dass vielleicht manche früher ausgehen als andere. Mist. Mist, 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 Mist. Scheiße. Oh, jetzt hab ich sowas von verkackt. Oh Gott. Oh Gott. Die sind sechs, 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 sechs. Da fang bei drei an, okay. Das sind auch sechs. Auch sechs, sechs. Ich sag, okay. Die da drumherum und dann ist die da in der Mitte. Was zu? Ah Gott. Fuck. Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Wir schaffen das. Boah, na endlich. Oh Gott. Die mittleren einfach das Blähzeichen. Okay, okay, okay. Oh Mann. Was denn jetzt? Night Moves. Pferd, du gehst da hin. Wir müssen alle Felder... Oh Gott, okay. Okay, wir müssen alle Felder... So wie das Pferd halt ziehen kann. Wir müssen alle Felder so dunkel bekommen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das geht nicht. Das darfst du mit mir nicht machen. Oh nein. Ah doch, okay. Puh, okay, doch schneller geschafft, als ich dachte. Curtain Call, okay. Ja, da ist er, ja. Aha, okay, okay. Komm her, Haken und los. Haken und los. Okay, ich muss einfach wirklich schnell runterziehen. Wow. Wow. Das war knapp. 303 Klicks. Und wir haben es geschafft. 122, die kompliziertes Klickplay in 303 Klicks. Silberner linker Fuß. Ich nehme mal an, das ist gut. Okay, okay. Wir kriegen einen Klickety-Klick. Gut. Damit können wir uns also irgendwie eine Belohnung abholen auf der Seite. Okay, okay, okay. 303 Klicks haben wir also. Ja gut, einige Rätsel sind dabei, wo man doch ein bisschen was anderes können muss. Also ein bisschen logisch denken. Aber es ist ein, okay, es ist ein Thymian-Dings. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich gewusst, was zu tun ist. Und habe dann einfach irgendwie gedacht, vielleicht heißen die Worte irgendwas anderes. Das ist, ich weiß gar nicht, was das eine Wort hier nochmal war, das erste. Dass das vielleicht irgendeinen Namen ergibt. Und das zweite habe ich dann gewusst, dass es vielleicht auch irgendein, habe ich noch in Erinnerung gehabt, dass es ein Verb ist. Also ein Tun-Wort. Und die anderen zwei habe ich dann einfach so, Thymian, irgendwas. Vielleicht war das auch noch eine Art von Thymian. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es geklappt und wir haben 303 Klicks gebraucht. Das ist so ein halbwegs gut, denke ich mal. Ja, wie gesagt, einige Hänger. Aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder beim Ergebnisbildschirm. Und dann werden wir sehen, wer besser abgeschnitten hat. Ich hoffe, ihr hattet bisherigen Spaß. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Ciao, Mensch. Tschüss. Und da sind wir auch schon beim Ergebnisbildschirm des achten Let's Battles. Und zwar von ClickPlay. Ja, bevor hier die Ergebnisverkündung kommt, unsere Namen sieht ihr natürlich schon, aber bevor hier die Ergebnisverkündung kommt, will ich noch ein Rätsel aufklären, dass ich jetzt weiß, wie es funktioniert und so. Also dieses eine Rätsel, wo man diese Dinger, diese Würze, Gewürze, ja genau, richtig anordnen musste. Das kommt von einem Lied und zwar Scarborough Fair, wie auch das Rätsel geheißen hat. Also da geht das erste Strophe so. So müssen wir das anordnen. Die zweite Strophe, also die zweite Zeile von der ersten Strophe, war hier das Ergebnis. Ja, ich kenne das Lied, aber ich habe die zweite Zeile nie verstanden. Also ja, habe ich das auch nicht gewusst. Zum Glück habe ich es irgendwie schnell geschafft. Und so komme ich zu einem Begegnis von 303 Klicks in ClickPlay. Okay, und Hitch hat da etwas, ja, nicht merklich, aber doch ein paar Klicks mehr gebraucht und zwar 965. So, da fragt ihr euch natürlich, warum so viele? Das wird euch hoffentlich in seinem Video erklären. Schaut euch einfach mal rein. Ja, und wir sind jetzt hoffentlich beim nächsten Let's Battle wieder. Da kommt mein Punktestand, habe ich vergessen. Wenn ich schon mal gewinne, dann sage ich natürlich auch den Punktestand. Und zwar steht es Pure Mark gegen DGLP nach diesem Let's Battle 4 zu 4. Ich habe wieder ausgeglichen. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Euer Mark. Tschüss.